Einen wunderschönen Abend aus unserem Studio von Express TV und herzlich willkommen zu 10 vor 8. Einzelne Militärexperten warnen davor nun schon seit längerem. Nun bestätigen es indirekt diplomatische Kreise. Die NATO-Staaten beliefern die Ukraine nicht mit ihrem Überschuss, sondern ihrer Grundsubstanz. Im Falle eines Krieges mit Russland wäre ihre Munition in kürzester Zeit verbraucht. Alarmstimmung bei der NATO. Die Munitionsbestände in den Depots der Bündnisstaaten schwinden. Das lasst nun diplomatische Kreise in Brüssel durchblicken. Bereits vor Russlands Ukraine-Invasion wurden die Zielvorgaben des Verteidigungsbündnisses größtenteils nicht erfüllt. Seit dem 24. Februar sind die Bestände noch weiter gesunken. Beim bevorstehenden Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten am Dienstag und Mittwoch in Brüssel dürften die Engpässe bei der Munition ein bestimmendes Thema sein, wie Diplomaten nun erwarten. Allein Deutschland weise gemäß an den NATO-Vorgaben eine Lücke im Volumen von 20 Milliarden Euro auf, wie es in Sicherheitskreisen heißt. Erwartet werde daher, dass die Allianz die Zielmarken erhöhen wird. Ein europäischer Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters sagte, Sollte Europa gegen Russland kämpfen müssen, würden einige Länder binnen Tagen ihre Munition verbraucht haben. Deshalb habe die Allianz aktuell eine Bestandsaufnahme vornehmen lassen, sagte ein NATO-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Es gebe für alle Mitgliedstaaten individuelle Ziele bei der Munitionsbeschaffung. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte, Es war ein verlorenes Jahr, das deutsche Verteidigungsministerium soll höflich formuliert nicht gerade vorausschauend agiert haben. Direkt mit der Entscheidung der Bundesregierung der Ukraine, den Flugabwehrpanzer gepaart oder die Panzerhaubitze 2000 aus dem Bestand der Bundeswehr zu liefern, hätte man sofort nachbestellen müssen. Das sei aber nicht geschehen. Nach Schätzungen verfeuern die ukrainischen Streitkräfte täglich bis zu 10.000 Schuss. Wie viel Munition noch in den Depots der NATO-Staaten liegt, ist streng geheim. Nach Angaben von NATO-Vertretern sind die größten Ausfälle etwa beim Gepaard, aber auch dem Luftabwehrsystem Patriot festzustellen, die von den ukrainischen Streitkräften umfangreich eingesetzt werden. Die hohen Verluste und der enorme Munitionsverbrauch im Ukraine-Krieg beunruhigen führende NATO-Kommandeure. General Christopher Cavoli, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, räumt ein. Auf einen Krieg dieses Ausmaßes ist das Verteidigungsbündnis nicht vorbereitet. Das Ausmaß und die Intensität der Kämpfe in der Ukraine haben selbst die NATO überrascht. Es wirft die Frage auf, ob das Bündnis überhaupt in der Lage ist, einen Krieg mit großen Einheiten gegen Russland zu führen. Das gab kürzlich erstmals der General Christopher G. Cavoli, der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, auf einer schwedischen Verteidigungskonferenz offen zu. Seit Ende des Kalten Kriegs ist die NATO zwar stark an Mitgliedern gewachsen, auf heute bereits 30 Staaten. Gleichzeitig sind aber sämtliche Streitkräfte seither geschrumpft. Das Ausmaß dieses Krieges steht in keinem Verhältnis zu all unseren bisherigen Überlegungen, sagte Cavoli. Aber er ist real und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Eine wichtige Lektion sei, eine groß angelegte, hochintensive Kriegsführung wie nun in der Ukraine benötigt, eine entsprechende Verteidigungsindustrie, die in der Lage ist, die nötige Ausrüstung und den Nachschub zu liefern. Sie ist nicht mehr in ausreichendem Masse vorhanden. Die europäischen Länder haben sich in den vergangenen 30 Jahren zunehmend auf die USA verlassen und selbst dort gerät die Rüstungsindustrie mittlerweile unter Druck. Alle am Krieg beteiligten Kräfte, die USA, Russland und Europa, bemühen sich zurzeit, die Produktion von Artilleriegranaten wieder hochzufahren, nachdem sie ihre Munitionsvorräte und Fabriken nach dem Kalten Krieg heruntergefahren haben. Produktionskapazitäten sind nach wie vor unerlässlich, absolut unerlässlich, sagte Cavoli. Eine gesunde und elastische industrielle Verteidigungsbasis ist genauso wichtig wie die Zahl der Truppen. Er warnte sich auch gegen den bis vor kurzem von Deutschland und anderen Ländern vertretenen Glauben, dass Softpower aus Diplomatie und Kultur ein Ersatz für militärische Macht geworden sei. Angesichts einiger Überraschungserfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld könnte Präzision die Masse schlagen. Die Sache hat nur einen Haken. Qualität braucht Zeit, um Quantität zu besiegen. Wir blicken weiter zu einer dramatischen Warnung aus den USA. Sämtliche US-Bürger sollen unverzüglich die russische Föderation verlassen. Washington begründet diesen Aufruf damit, dass nun unrechtmäßige Verhaftungen drohen würden. Der Alarm belastet zusätzlich die ohnehin schon extrem brisante politische Situation. Kürzlich veröffentlichte Washington eine deutliche Warnung. All jene US-Bürger, die sich noch auf dem Staatsgebiet der russischen Föderation aufhalten, sollen sofort ausreisen. Die Befürchtung der US-Regierung, es könnte jetzt in Russland zu unrechtmäßigen Verhaftungen von US-Staatsbürgern kommen. Die US-Botschaft in Moskau schreibt dazu, russische Sicherheitsdienste haben US-Bürger unter falschen Anschuldigungen festgenommen, US-Bürger in Russland zur Inhaftierung und Belästigung ausgewählt, ihnen eine faire und transparente Behandlung verweigert und sie in geheimen Gerichtsverfahren oder ohne Vorlage glaubwürdiger Beweise verurteilt. Konkrete Namen oder aktuelle Fälle wurden dazu bisher nicht genannt. Dass die Spannungen zwischen den USA und der russischen Föderation dramatisch zunehmen, ist aber bereits seit Wochen zu beobachten. So bilden an der Front in der Ukraine Dutzende US-Soldaten privat ukrainische Truppen aus und nehmen auch aktiv an den Kämpfen teil. Dazu sehen auch die russischen Nachrichtendienste, wie aktuell in Bremerhaven hunderte US-Schützenpanzer und Geländefahrzeuge aus Frachtschiffen entladen werden, die für die ukrainische Armee bestimmt sind. Zusätzlich wurde nun auch bestätigt, dass die US-Geheimdienste den ukrainischen Streitkräften bei der Zielauswahl für die Artillerie behilflich sind. Der ehemalige italienische Premier Silvio Berlusconi hat den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky scharf kritisiert. Zelensky sei für den Krieg und die Verwüstung in der Ukraine verantwortlich. Deshalb beurteile er diesen Herrn sehr, sehr negativ. Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi macht nicht zuletzt die Ukraine für den Krieg mit Russland verantwortlich. Wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Angriffe auf die beiden autonomen Volksrepubliken im Donbass eingestellt hätte, wäre es nicht zum Krieg gekommen. Daher beurteile ich das Verhalten dieses Herrn sehr, sehr negativ, sagte der Chef der konservativen Partei Forza Italia, die der Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Georgia Meloni angehört. Berlusconi forderte zudem die USA auf, Druck auf Zelensky auszuüben. Zugleich drohte er, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und versprach ein massives Hilfsprogramm, falls die Ukraine einem sofortigen Waffenstillstand zustimme. Zur Erinnerung, Berlusconi pflegt seit langer Zeit ein freundschaftliches Verhältnis zum Kreml-Chef Wladimir Putin. Georgia Melonis Büro erklärte unterdessen am Sonntag in Rom, dass die italienische Regierung die Ukraine fest und überzeugt unterstütze. Berlusconi hatte am Sonntag zu einem Treffen von Meloni und Zelensky am Rande des EU-Gipfels in Brüssel gesagt, wenn er noch Regierungschef wäre, hätte er Zelensky nicht getroffen. Georgia Meloni hat sich stets klar gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert. Am Donnerstag hatte sie Zelensky in Brüssel getroffen und mit ihm über einen möglichen Besuch in Kiew gesprochen. Trotz massiver Kritik in den Medien haben 350.000 Menschen innerhalb von nur drei Tagen das Friedensmanifest von linken Politikerin Sarah Wagenknecht und Feministin Alice Schwarzer unterzeichnet. Wer Verhandlungen statt Waffen für die Ukraine fordert, kann auf change.org das Manifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer unterzeichnen. Vor einigen Tagen starteten die beiden Frauen ihre Petition. Von 350.000 Menschen wurden sie seither unterzeichnet. Aller scharfer Kritik zum Trotz, die diese Friedensinitiative zurzeit in der deutschen Öffentlichkeit erfährt. Das nächste Ziel der Autorinnen sind 500.000 Unterschriften. Mit so vielen Unterstützern würde das Manifest zu einer der meistgezeichneten Petitionen auf change.org werden. Eine Reihe prominenter Politiker, Wissenschaftler und Künstler hatten den Anfang gemacht und gehörten zu den Erstunterzeichnern. Kritiker verurteilen die Friedensinitiative. Sie halten Verhandlungen mit Putin samt Zugeständnissen an Russland für unerträglich, auch aus moralischen Gründen. Der deutsche Brigadiergeneral Dr. Klaus Wittmann schimpft in einem Kommentar für die Welt. Erschütternd ist der Mangel an Empathie. Gemäß Wittmann gehe es in der Ukraine nicht um das Kräftemessen zweier Kriegsgegner, sondern um eine russische Unterwerfungsoffensive gegen ein freies Land. Hingegen sei Präsident Zelenskys Ziel völlig legitim. Sein Volk will in Frieden und Freiheit leben, mehr nicht. Das jetzige Ziel der Westallianz hält der ehemalige Brigadiergeneral für richtig. Es gehe einzig darum, Putin zu der Einsicht zu bringen, dass ihm die Erreichung seiner Vernichtungsziele verwehrt wird und dass seine Truppen abziehen müssen. Das sind Wagenknecht und Schwarzer, aber auch Militäranalytiker gänzlich anderer Meinung. Die Ukraine könne gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Es sei zu befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag ausholt. Es brauche Verhandlungen und das sei keine Kapitulation. Verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Ganz offen steht die Ex-Außenministerin zu ihren Beziehungen mit Russland. Karin Kneisel sagt in ihrem Polit-Podcast, dass sie wieder in Moskau an der Uni unterrichte. Karin Kneisel wurde in der EU derart unter Druck gesetzt, dass sie in den Nahen Osten auswanderte. Die belesene und fünf Sprachen sprechende Ex-Außenministerin weiß, dass sie polarisiert. Das Statement von Karin Kneisel in ihrem aktuellen Polit-Podcast-Talk mit Flavio von Witzleben über ihren aktuellen Aufenthalt in Moskau wird erneut für viele Kommentare sorgen. Immerhin wird die Regierung der russischen Föderation seit dem Februar des Vorjahres scharf für den Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Dazu hat die EU bereits mehrere Sanktionspakete verhängt und verbietet russischen Staatsbürgern die Einreise nach Westeuropa. Sie wolle aber weiter bei ihren Studenten unterrichten, sagte jetzt Karin Kneisel in dem aktuellen Gespräch. Es ist ihr offenbar mittlerweile egal, dass sie von ihren Gegnern als KGB-Agentin oder Putin-Sklavin beschimpft wird. Im Podcast Unipolar-Multipolar von Flavio von Witzleben sagt die Ex-Außenministerin, die mit ihrem Hochzeitstanz mit Wladimir Putin weltberühmt wurde. Sie lebe jetzt im Libanon, 60 Kilometer nördlich von Beirut, ohne stets funktionierende Stromversorgung. Da freue ich mich, wenn ich wieder einmal zehn Tage in Moskau sein kann. Da schnuppere ich wieder Stadtluft. Ich vermisse Europa, mein sie im Talk. 2020 wurde Karin Kneisel massiv in Österreich angefeindet. Dann wurde sie auch aus ihrem Haus in Südfrankreich vertrieben. Der französische Geheimdienst hätte Kneisels Vermieter derart unter Druck gesetzt, dass der Vertrag gekündigt wurde. In dem aktuellen Gespräch bedauerte Kneisel auch, ich wurde de facto mit einem Arbeitsverbot in Europa belegt. Es waren dann extrem viele Drohungen. Dann kamen auch noch 26 Strafrechtsprozesse. Mir wurde sogar der Mord an meinen Tieren vorgeworfen. 13 Klimaklebe-Chaoten blockierten Montagfrüh beim Wiener Naschmarkt den Autoverkehr. 100 Polizisten waren deshalb im Einsatz. Die wenigen Demonstranten hätten sich eine Welle der Solidarisierung erhofft, die es aber nicht gab. Wir für unser Leben schützen wir uns am Kalee. Meines Freunden jetzt ist Leben stehen wir auf, sonst ist es nie. Wer Montagfrüh zur Arbeit fahren wollte und dabei beim Karlsplatz vorbei musste, hatte Pech. 13 Klimaklebe-Chaoten hielten den Verkehr auf. Zwei von ihnen waren schon älteren Semesters. Wesentlich größer war die Zahl an Polizisten, die einschreiten mussten. Um die 100 Beamte waren im Einsatz. Zum Ärger vieler Bürger hatten sie zunächst tatenlos dabei zugesehen, wie sich die Anhänger der letzten Generation festgeklebt hatten. Erst danach schritten sie ein. Verkehrsexperten sprachen von enormen Zeitverlusten auf den Zufahrten zur Innenstadt und empfahlen alternative Wege zu suchen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Um 8 Uhr früh hat der Protest begonnen. Die Aktion soll Startschuss für zwei Wochen anhaltende Klimablockaden in ganz Wien sein. Das hat die letzte Generation Ende voriger Woche angekündigt. Solche Protestaktionen sorgen laufend für Ärger. Auch Rettungswagen wurden in der Vergangenheit schon durch sie aufgehalten. Umleitungen für Autofahrer mussten am Montag eingerichtet werden. Was für Unverständnis sorgt, die 100 anwesenden Polizisten hätten problemlos die Klimakleber von ihrer Aktion abhalten können. Das haben sie aber nicht getan. Die Polizeibeamten haben dabei zugesehen, wie sich die Chaoten festklebten, um sie erst im Nachhinein wieder zu entkleben. Ergebnis. 13 Klimakleber blockierten an einem Verkehrsknotenpunkt unzählige Autofahrer. Scharfe Kritik dafür hagelt es von Seiten der FPÖ. FPÖ-Maria-Hilf-Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer kritisierte wie folgt. Trotz medialer Ankündigung konnten sich die Endzeit-Sekte auf der Straße festkleben. Die Ohnmacht des Staates gegenüber dieser Apokalyptikern ist unerträglich. Gegendemos wurden diesmal im Vorfeld angekündigt. Allerdings sind dann keine Gegendemonstranten eingetroffen. Als tolles Statement einer solidarischen Passantin präsentierten Klimakaoten ein Video mit einer Fußgängerin, die sich mit dem Protest in Wien solidarisiert hat. Jetzt flog auf, die Passantin ist eine Schauspielerin. Sie spielte etwa auch Franz Klammers Geliebte. Begeistert präsentierte die letzte Generation in einem Posting auf der Social-Media-Plattform Twitter eine solidarische Passantin, die sich hinter den Protest der Klimakleber stellt und sie für ihren Mut bewundert. Ich finde es unglaublich, dass sich die einfach trauen, dass sie sich da auf der Straße setzen. Ich bin so solidarisch mit denen. Am liebsten würde ich mich auch gerne das nächste Mal festkleben. Aber natürlich braucht das sehr viel Mut. Ja, es braucht sehr viel Mut. Aber es ist so wichtig, dass die Gesellschaft endlich aufgerüttelt wird und die Politik, dass sie endlich verstehen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Alle sagen, wieso macht ihr das? Macht du andere Dinge? Nein, es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr und niemand versteht das. Und niemand hört uns zu. Niemand hört uns zu. Deshalb ist es die letzte Möglichkeit. Und deshalb muss das funktionieren, sonst bleibt das sich dann alles üblich. Und wir werden, oder die werden weitermachen, bis uns jemand zuhört. Doch die so zufällig anwesende Fußgängerin wurde nun enttarnt. Sie entpuppt sich als die bekannte Schauspielerin Valerie Huber. In dem Kinofilm, Klammer, Chasing the Line, spielte sie etwa die Freundin und spätere Ehefrau, des Abfahrtsläufers Franz Klammer. Mehr über sie findet man in ihrem Wikipedia-Eintrag. Wenn sie sich nicht eben mit Klimakaoten solidarisiert, reist Huber gar nicht klimafreundlich in der Welt herum, wie ihr Instagram-Account verrät. Dort postet sie Bilder aus Kalifornien, von einem Safari-Ausflug in Afrika oder von den Malediven. So viele Weltreisen in so kurzer Zeit können nur sehr schwer CO2-schonend zurückgelegt worden sein. Das klappt nur mit dem Flugzeug. Auch in einem schicken Cabrio zeigt sich der TV-Star ohne Klimakleber, die sich ihrer Fahrt in den Weg stellen. Die Mediensprecherin der Wiener Volkspartei Laura Sachslehner äußert sich zum Aktivismus der Klimakleber. Dieser sei unzumutbar. Justizministerin Alma Sadic dürfte diese Chaoten nicht länger schützen. Vielmehr brauche es laut Laura Sachslehner einen neuen Straftatbestand. Die Justiz muss schleunigst aktiv werden. Der Klimaprotest auf den Straßen ist mittlerweile unzumutbar. Das sagt Mediensprecherin der ÖVP Wien, Laura Sachslehner. Und sie greift dabei Justizministerin Alma Sadic direkt an, weil sie die Klimakleber weiterhin schütze. In den nächsten zwei Wochen will die letzte Generation Wiens Frühverkehr weiter blockieren. Laura Sachslehner reagierte auf die jüngste Klimakleberaktion am Montagfrüh in Wien. Es war ein Chaos mit Ankündigung, das in der Nähe des Wiener Naschmarktes stattfand. 13 Klimakleber hatten den Verkehr bei der Secession blockiert, was zu Staus in mehreren Fahrtrichtungen führte. Zuvor hatte die letzte Generation angekündigt, zwei Wochen lang den täglichen Frühverkehr in Wien zu stören. Sachslehner kritisiert die Untätigkeit von Justizministerin Alma Sadic. Es ist unzumutbar, dass die arbeitende Bevölkerung ständig mit derartigen Aktionen belästigt wird, sagt sie auf Twitter. Wir brauchen hier dringend einen neuen Strafbestand. Anstatt diese Klimakleber weiterhin zu schützen, muss Justizministerin Sadic endlich tätig werden. Spionageballone, UFOs, mindestens sieben Sichtungen und Abschüsse. Am Himmel ist die Hölle los und viele fragen sich, was dahinter steckt. Widersprüchliche offizielle Angaben lassen die Gerüchteküche brodeln und heizen Spekulationen an. Alles begann am 2. Februar mit einem zunächst unbekannten Flugobjekt, das die USA in Aufregung versetzte. Der weiße Ballon von der dreifachen Größe eines Reisebusses löste Rätselraten aus. Schnell stand fest, er kam aus China. Doch mit welcher Absicht? Peking sprach von rein wissenschaftlicher Nutzung, die US-Behörden von einem Spionageballon. Am 11. Februar wurde er von einem US-Militärflugzeug an der Atlantikküste vor South Carolina abgeschossen. Da machte schon die nächste Ballonsichtung die Runde. Am 6. Februar meldete Costa Rica in Mittelamerika einen Ballon. Diesmal entschuldigte sich die chinesische Botschaft in San Jose für den Wetterballon. Über Alaska wurde am 10. Februar das nächste unbemannte Flugobjekt gesichtet. Einen Tag später wurde es über Kanada abgeschossen. Die kryptische Beschreibung durch US-Behörden. Es war etwa groß wie ein VW-Käfer und Silberfarben. Das Objekt war weder bemannt noch manövrierfähig. Letztendlich könnte es sich aber wiederum um eine Art Wetterballon made in China gehandelt haben. Ganz so, als wollten die Chinesen nicht wie die großen Bu-Männer dastehen, meldete Peking seinerseits am Sonntag eine UFO-Sichtung. Über einen möglichen Abschuss wird angeblich noch beraten. Auch in der Ukraine gab es am Sonntag unerklärliche Himmelssichtungen. Laut dem Astronomischen Hauptobservatorium der Nationalen Akademie der Wissenschaften werden immer wieder unidentifizierte Flugobjekte registriert. Darunter sind zweifelsohne Drohnen und Kampfflugzeuge der russischen Armee. Doch es gibt auch Cosmics und Phantoms, für die es noch keine Erklärungen geben soll. Sie sollen zwischen drei und zwölf Meter groß sein und mit 53.000 kmh durch den Himmel rauschen. Die staatliche Spanische Bahngesellschaft bestellte 31 neue Pendlerzüge für die Regionen Asturien und Kantabrien. Der Preis 260 Millionen Euro. Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass die Züge nicht in Betrieb gehen können. 31 Pendlerzüge wurden von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Renfe im Jahr 2020 um 258 Millionen Euro beim baskischen Hersteller CAF bestellt. Sie hätten in den zwei rückständigen nördlichen Regionen Spaniens, Asturien und Kantabrien eine veraltete Flotte ersetzen sollen. Allein die Züge sind zu breit, um durch die dortigen Tunnels zu passen, die zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert stammen. Der Grund, bei der Ausschreibung hatte man sich schlichtweg vermessen. Ursprünglich war geplant gewesen, die notwendige Verbreiterung der Tunnels bis 2024 fertigzustellen. Kürzlich musste Renfe jedoch mitteilen, dass sich die Bauarbeiten bis 2026 verzögern werden. Die monumentale Stümperei blieb laut Regionalpräsident von Kantabrien, Miguel Ángel Revil, nicht ohne personelle Folgen. So mussten gleich zwei hochrangige Manager bei Renfe den Hut nehmen. Und wir blicken noch zu unserem Express-Wetter-Update. Wir blicken zum Wetter vom 14. Februar. Der Hochdruck-Einfluss über Österreich bringt die Auflösung der örtlichen Nebenfelder und meist Sonnenschein pur. Nur im Norden und Nordosten ziehen am Vormittag noch einige tiefe Wolkenfelder durch. Aber auch hier setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch. Der Wind weht schwach, ganz im Osten auch mäßig aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 10 Grad. Mit den höchsten Werten kann man etwa im Inntal rechnen. Wir blicken weiter in den Osten. Die nächsten sieben Tage sehen hier eher durchwachsen aus. Während wir zu Beginn der Woche noch viel Sonnenschein mit vereinzelten Wolken erwarten dürfen, gibt es ab dem Donnerstag einen dramatischen Wetterumschwung und es kommt zu Gewittern und starken Niederschlägen. Der Wind weht auch hier schwach bis mäßig und die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 2 und plus 11 Grad. Im Westen sieht das Ganze sehr ähnlich aus, denn die nächsten sieben Tage bringen auch hier Sonne und vor allem Regen. Bis zum Donnerstag gibt es da vor allem Sonnenschein mit ein paar Wolken und zum Wochenende hin zieht es dann vermehrt zu. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter und starke Regenfälle sehr hoch. Die Temperaturen liegen bei minus 6 bis plus 13 Grad.